So, weiter geht's heute mit Wreckfest. Genau so ist es. Und wir fahren heute wieder ein kleines... ...Stanz. Ja, fahren wir heute Stanz. Komm. So, das dauert wieder einen kleinen Moment. Jetzt geht's los. Der Lauf. Auch hier, wieder ein kleines Turnier. Mal noch, können wir noch hin. Gleiches Spielzeugen hier oben wie vorhin. Ja, bis jetzt, wie in der letzten Folge. Also zumindest... ...zumindest mal... ...zune Verziehung mit drin. Also zwölf da müssen wir werden, um im Hauptfeld zu bleiben. ...znam schon. Los. So, wo wir da haben, sind wir noch 5.000, 6.000, 7.000? Also einfach mit zu viel in die 4.000 nicht. 2 von 3.000 sind wir jetzt noch bei, aber wir wollen auf jeden Fall heute das Ding hier nach Hause rocken. So, dann ist hier der Führer jetzt für uns. Klock. Ja, dann füllen wir das Rennen an. So, letzte Runde. Es ist im ersten Laufjörn. Glück ab. So, gewonnen. Erster Lauf geht zumindest mal an uns hier. So, Erster. Jawohl. So, Lauf Nummer 2 jetzt gleich. Und das heißt Halbfinale. Wir haben jetzt auch ein Minimum 500 Schaden. Okay. Auf diese Herausforderung mache ich nicht, weil letztendlich ist es das Rennzüge. Nee, auch nicht. Punkt, Punkt. Ja, das ist das Problem, wenn er natürlich das ganze Fels ein bisschen führt und das ganze Fels fliegt da auf einmal durch. Merkst du das, ne? So, erste Runde schon mal durch. So, wir haben noch zwei Runden, wir müssen natürlich das Ding hier nach Hause fahren. Hier sind wir, die Todeszone haben wir schon mal weg. Die ganz gefährliche Zone. Weil die 500 Schaden kriegen wir heute nicht hin. Bin ja versichert, aber... Naja, mach gut. So, letzte Runde für dieses Halbfinale. Jetzt legen wir hier mit so einem Nied, mit so einem Bähnen an. Und dann rauskriegen, ja, äh, bei den Führrädern sind wir locker momentan. Dann brauchen wir von... Ah, nur noch 400 Sekunden, ne? Also, das kann... Das meine ich. Ich habe aus der Contra hinterher in die gleiche Situation geraten. So, den habe ich noch mitgenommen. Und jetzt gehen wir als Sieger ins Finale. Geht jetzt gleich weiter. Na dann, let's go. Ziel erreicht schon. So, zumindest 500 Sekunden. Das haben wir noch. Wie auch immer. Wie auch immer, ich habe es eben bekommen. So, letzter Runde auf. Sechs Runden. Das meine ich. Genau, da... Da haben wir jetzt einmal kurz den Kompeten ins Kompetenfeld geholt. Ich habe da irgendwas mitgenommen gerade. Ja, diese Runde, diese Runde, die kann sich auch ganz, ganz schnell wieder drinnen. Ja, wie gesagt, wenn du zum falschen Moment ins Feld zurückfliegst, oder wie soll ich nicht ins Feld zurückfliegt? Auf einmal Leute um die Ohren bekommen von der Seite, wie jetzt gerade sie sich... Jetzt habe ich echt gerne einmal so mal kurz zu entgekommen. Jetzt habe ich wirklich mal kurz zu entgekommen. Jetzt habe ich wirklich immer wieder geschaffen. Da wäre er gewesen, aber das ist mir gar nicht voll ein Problem. Mein Ziel, das ist dieses Rennen hier nach Hause zu holen. So, Runde 4. So, habt ihr den Luftwägen? Wir sind dran und den wollen wir frisch überrunken heute noch. Das ist der Crash, man. Na, gedacht, aber hätte ich den Fass erledigt. So, fang zur Runde. So, wir wollen jetzt mal diesen Looping durch. Wir wollen jetzt durch diese Looping-Runde durch. So, jetzt sehen wir in der letzten Runde das Ding hier irgendwie noch nach Hause zu holen, Leute. Da sind ein paar Autos gerade. Es regnet ein bisschen Autos. So, wir haben es geschafft. So, wir haben es geschafft. Und holen uns diesen Turniersieg. Drei Sieger haben wir geholt. Davor haben wir nämlich nur zwei geholt, da waren wir aber knapp dran an dem. Aber wir haben es geschafft, auf jeden Fall unsere... Oh, wir haben sogar schnell zur Runde gefahren. So, Level 24 sind wir mittlerweile sogar schon. So, wie gesagt, da sind wir auch schon durch für heute wieder. Wir haben alle Aufgaben erledigt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Und dann geht es weiter mit dem nächsten... Mit dem nächsten Rennen. Bis dahin. Und Tschüss.